Werft euch eure Kostüme oder das, was davon übrig ist, was nicht passt, wird passend gemacht. Und heute spielen wir den Skipper! Sie wollen mich verheiraten! Wer? Na, mein Vater und Monsieur Gervant! Ich denke, er geht los! Aber du weißt doch, wie sehr die Zeit hängt! Wie braucht man sie? 500 Louis-Dohren! Und sie? 200 Louis-Dohren! Alain Scarpino! Wird ihr schon dran? Nein! Ich wurde in ein klein Bötchen rausgesetzt. Mit einer Nachricht, dass man ihren Sohn nach Eilschehe abschleppen wird, wenn sie nicht binnen 2 Stunden 500 Louis-Dohren durch mich überbringen lassen. Sie sind willkommenes Opfer einer gierigen Schaffern. Gerichtstheiler, Prokuratoren, Advokaten, Gerätschreiber, Referenten, Unkandidaten und die Kopisten. 200 Louis-Dohren! 60! Na wartet! Ich wisse euch mehr Sorgen! Nehmt das! Fuck! Fuck! Und das! Fuck! Und das! Fuck! Auf! Du! Ich gebe dir Ducate, wenn du mir sagst, ich bin der alte Girobe! Hada! 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 Ich will ihr tausend Vorherren sein, wenn du die Schweineherren verraten! Und die Schweineherren verraten! Wenn du meine Herren nicht verraten! Und nicht! Dann solltest du nichts mehr zu retten, du! Das Glück, Herr! Dieser Schurke hat mir 500 Louis-Dohren aufgegauen! Ah! Und hier hat er 200 Louis-Dohren aus der Tasche gezogen! Das ist doch nicht alles! Er hat sich auf die gemeinste Weise misshandelt! Und das wird ihm teuer zu stehen! Für den Streis, den er mir gespielt hat, wird er von mir auf die Knie trinken! Der Rache wird bei Stil und sein! Ah!